Okay, mehr Aktivitäten. Das Super Kinker der, Entschuldigung, 1000 Punkte Grind um die Treppe zu meistern. Das. Der. Super Kinker. Oh. Ich gehe mal davon aus, dass das eine sehr lange... Ah, deswegen, weil es gekinkt ist, weil es, ähm, ja, so einen Knick hat. Schön. Wäre nur schöner gewesen, wenn ich nicht ganz so schnell gewesen wäre und den Rest unten auch noch mitgenommen hätte als Grind. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Mehr Aktivitäten. Glasmauern. 500 Punkte Grind auf der Glasmauer. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Nimm mal die mittlere. Oder die hier unten. Oder die letzte. Das war schon schön. Okay, letzter haben wir jetzt noch. Das ist, glaube ich, diese Trick-Folge. Trickliste. Mach ein Late-Flip. Hand-Blend auf der Bowl-Geppe über das nördliche Stairset-Geppe über das südliche Stairset. Das würden wir hoffentlich noch mal unten angezeigt bekommen. Ja. Ach, zehn Aufgaben. Late-Flip-Hammer. Hand-Blend auf der Bowl-Geppe. Also müssen wir mal gucken, wie R1 ging das, glaube ich, ne? Äh. Erstmal da hochkommen. Fünf Minuten haben wir dafür Zeit. Wie geht denn noch mal so ein Hand-Blend? Ah. Okay, das hat schon gereicht. Ähm. Gibt wir über das... Ist das das Stairset? Können wir hier von links nach rechts? Reicht das? Dass man so das macht? Oder muss ich wirklich von oben nach unten springen? Ach, warum legst du dich denn aufs Maul? Dann machen wir von oben nach unten. Jo. Oh, das hat's... Ich hätte mir da oben einen Marker setzen sollen, ich... Blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Äh. Ja. Dann versuche ich das gleiche nochmal hier. Über von links nach rechts. Okay, das reicht auch. Mach einen Nose-Grind. Das war ein Crooked. Okay. Geppe das Gras zwischen den Bäumen da oben. Das zählte dich. Dann war aber auch klar, dass das nicht zählt. So. Footplant to grind. Oh. Wo ging das denn nochmal? So. Oh. Das war ein bisschen viel. Der flippt davor. Der sollte eigentlich nicht sein. Ach komm, ey. Ach komm, ey. Die Oberkante der Bowl. Da schummeln wir uns ein bisschen durch. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns da durchschulen. Und da hätte ich damals auch ein bisschen mit Problemen gehabt. So. Reicht das? Ja. Jetzt wollen wir noch einen 500 Punkte Grind. Und einen 500 Punkte Grab. Was? Das ist ja noch ein paar Sachen. Wunderschön. Jetzt haben wir alles erledigt. Fuh. Falls man die Sachen hier doch... ...killen kann. Sagt mir das bitte. Dann werde ich das noch nachholen. So, jetzt werden wir uns aber zur Hall of Meat Challenge begeben. Die haben immer ziemlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht so ganz, wo die sich hier befindet. Irgendwo hier so einen Spot gefunden. Da oben. Die werden wir direkt machen, damit wir das nämlich nicht verpassen. Das ist wahrscheinlich hier die Ledge an der Seite. Die Mauer. Die Mauer? Warum denn nicht die Ledge an der Seite da? Die ist doch viel besser. Ah, okay, da war es. 800. Ne, dann immer die hier unten. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade gedacht, wir hätten Zeitdruck. Was? Mehr nicht. Ach komm. Oh, gekillt direkt. Sehr nice. War zwar nicht schön, aber wir haben es geschafft. Mal angucken. Ah, ist schön da hängen geblieben. Okay. Weil so vergessen wir die nicht. Weil es blöde ist halt, die werden auf der Karte nicht als gekillt oder so angezeigt. Balkon. Oh. Achso, das ist bei Cannonball die Treppe runter. Stoß dich. Stoß dich von den Treppen ab. Erziele 50.000. Also Cannonball und stoß dich von den Treppen ab. Ich weiß nicht mehr, wie man einen Cannonball macht. Okay, das ging schon mal nicht so gut. Komm, 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 bisschen noch. Nein! Oh, da haben 900 Punkte gefehlt. Ich will das noch mal machen. Wenn man Gesten dabei macht, dann gibt es, glaube ich, noch mal extra... Hm. Extra Punkte. Nochmal, bitte. Ja, komm, 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 komm. Ah! Da muss man am Ende immer so ein bisschen ausrasten mit den Sticks, weil wenn da nichts mehr geht, dann ist es blöhm. Ah. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh. Ah, schon wieder 500 Stück. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm. Kann ich das hier neu starten? Ja. Jetzt bin ich schneller. Ja, die ist ein bisschen buggy, die Kicker da vorne. Ja, nice. Guck mal, wie weit wir kommen. 73.000. Ja, ich brauch das nicht noch mal zu sehen. Okay, jetzt haben wir sehr viele weitere Sachen hier. Ähm. Haben... Was ist denn das da unten? Da habe ich irgendwas... Wo ist die ne Karte? Da. Äh. Ich will doch nur... Ich will doch nur wissen, was das da unten ist. Ob das ist... Ob das das ist, was wir schon mal hatten? Ich fahr mal zu dem Stern. Wunderschön. Ach, komm. Wie kommen wir zu dem Stern? Okay, da darf man nicht langen. Da nicht unten dürfen wir bestimmt auch nicht hin. Ah. Nice. Bitte. Dankeschön. Oh! Ah, da oben. Wie kommen wir dahin? Ganz einfach, alles klar. Wie geht's dir so? Jaren, Navarret, kenn ich nicht. 360 Grab über die Deathbox. Ich glaub die Deathbox sind die Treppenstufen da vorne. Grind über die Treppe. One foot handplant im Pool. Oh Gott. Hey Copsi, fang doch mal mit dem Song an. Diesmal hab ich's. Komm schon, den Song spiel ich jetzt zum zwanzigsten Mal. Steh ihn endlich. Okay, ich hab's, ich hab's. Einfach nochmal von vorne. Okay, das ist der letzte Versuch. Okay, Mann, hier reicht's. Ich verschwinde. Ich versteh schon. Ja, lange nicht gesehen, Mann. Was geht? Gehst du's gehen? Schaden? That was my mind. Das war's.